ARD Text im Auftrag von Funk Auf den... Steh auf, du fauler Tüter! Oh! Oh, ich will auch mal meinen Arsch in die Kamera halten. Ja... Geil! Herzlich willkommen. Hallo, du Tramex hier. Guss, geht raus. Was ist 2 plus 2 mal 2? 6. Ja. Okay. 4, ach du. Falsch. 2 mal 2 ist 4 plus 2 ist 6. Punktvorstrich. Genau. 5. 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 Danke für dein Level Up Rabatt. Durch die 2 Euro Rabatt muss ich 5 Euro Versand bezahlen. 5. Ja, dann mach den Code weg, Mann. Was hast du für Fische? Welche? Die schwimmen, Digga. Sehr witzig. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. What the fuck, man? Stell dir vor, du bist ein Vogel, chillst in dieser Vogelhütte, auf einmal kommt er hier. Alter, Junge. Das war mir gerade ein bisschen unangenehm, bin ich ehrlich. Aber andere Länder, andere Titten. Andere Titten, andere Wichsen. Gottlieb, danke schön, Go. Mann, ich hab's schon wieder nicht geschafft, die Gant zu sehen, Alter. What the fuck, Digga. Ich hab ihn schon wieder verpasst. Ich hab sie geschafft. Ich war die ganze Zeit auf Madeira irgendwie unterwegs, hab gedreht. Musste mit halb Twitch Deutschland schlafen und war die ganze Zeit besoffen. Gigant, Junge. What the fuck? Ausstieg in Fahrtrichtung links. Meine Damen und Herren, willkommen zur Deutschen Bahn. Das ist... Also, Bruder, ich sag euch noch ganz in kleinen Realtor. Nicht wie der Axel Talk, bitte kein Axel Talk. Ich hab den Titel nicht gesehen hier. Einfach schöne Axeln. Aber ich hab in dem Moment gedacht, oha, schöne Axeln. Sind Axeln anziehend? Das ist auch von Unreal Hero in dem Video, oder's? Das ist auch von Unreal Hero in dem Video, oder's? Ne. Jetzt Luwo. Ne. Solange da keine Subs abgedrückt werden, guck ich mir das nicht an. Wer ist denn das schon wieder? Oha, da ist ja Videocontent von mir. Und da auch. Strike. Weg mit dem. Beklagen der Schwein. Strike incoming. Big Mac up mit dem. Guck, ob er verlinkt hat. Was? Hecht, Digga, du Ehrenloser. Immerhin verlinkt. Na, alles gut, Schatz. Alles gut. Wie, wie ihr Panik schiebt. Alles gut, ey. Entspannt euch. Gönnen wir uns das Video hier. Vielen Dank, Onkel Monte, dass ich keinen Strike bekommen habe. So, ist immer noch zu leid, oder was? Okay. Ja. Oh, look at those. Hose. Drip. Flex. Toes. Touch it. Boden. To the. Moon. Chillig. Die Gefahr. Ja, pass mal lieber auf dem Fahrrad auf. Oh ja. Das Bike wird er nie wieder mehr sehen. Das ist ja auch in Paris. Ne, das ist in Frankreich. Achso. Ist das Gegend? Ich wollte auch immer sehr gerne, aber es hat nie so geklappt. Ich weiß auch nicht, warum. Synchronsprecher für Porno werden. Ganz schlimm, Alter. Stell dir mal vor, du willst dir fett einen wegwichsen, Alter. Du willst dir richtig schön die Gurke putzen, Alter. Du hast richtig Bock. Du hast richtig Bock, dir einen reinzuhämmern. Und dann hörst du einfach nur, ui, Memo, guck mal. Und mitten auf deinem Bildschirm ist so ein ranziges Arschloch, Digga. Da geht es doch direkt so, Alter. Lass du doch keinen Bock mehr. Lass du doch überhaupt keinen Bock mehr. Imagine, Junge. Imagine einfach, ein Typ hat einen Orgasmus in den Pornos. Ui, Digga. Junge, da mache ich direkt aus. Ich werde nie wieder ein Porno gucken. Monte, es ist gut, dass du das nicht gemacht hast. Trust me. Ich werde der beste synchronen Pornosprecher, den man sich vorstellen kann. Dazu Rettungsschwimmer-Beat, Digga. Nova. Let's go! Och, das war das Peinlichste. Das war sehr gut gespielt, Nova. Du bist einfach ein Traum. Was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Zuschauer-Fragerunde mit Trimax. Ja, Todesum wahrscheinlich. Also, was es ja auch ist. Ja. Ja, der wie noch jemanden gewesen. Klar, gerne. No problem, man. Everything is alright, man. Get me easy! Dieses Video ist gesponsert von Mediamarkt und von Saturn. Sie haben hier netterweise ihre... Wie kann denn von Mediamarkt und Saturn etwas gleichzeitig gesponsert sein? Sind Mediamarkt und Saturn nicht so wie Blatzen, Crips und hassen sich? Ist es nicht so, dass so Mediamarkt-Mitarbeiter mit Baseballschlägern auf Saturn-Mitarbeiter einschlagen und Saturn-Mitarbeiter mit Waffen drive-by beim Mediamarkt... Hä? Das ist die gleiche Firma? Das ist ein Konzern? Was? Was? Oh mein Gott! Dann hab ich... Dann hab ich... Dann hab ich... Oh, Digga! Ich bin mal zu Saturn gegangen. Ich bin mal zu Saturn gesagt und hab gesagt... Ja, das Produkt gibt's beim Mediamarkt, aber für den C. Da günstiger. Wenn sie mir den Preis anpassen, kauf ich's hier. Und die haben gesagt... Na klar. Na klar, das machen wir. Na klar, das machen wir. Natürlich machen wir das. Und ich dachte so... Ah, gefickt... Das ist ja egal. Das ist ja egal. Ich hab ja von der gleichen Company trotzdem gekauft. Och Mann, Digga! Ich dachte, ich wär überübertrieben krass. Ich dachte, ich wär übertrieben krass. Selbst Bro... Bro, selbst Bloods und Crips haben keinen Beef mehr. Hä? Was ist denn passiert in den zwei Wochen, wo ich auf... Äh... Mediamarkt... Saturn... Madeira war... Mann! Junge! Ich komm nach Köln zurück. Auf einmal Restaurants haben offen. Draußen fickt irgendwer nen Hund. Clubs haben wieder geöffnet, gefühlt. Bars haben offen. Alle sind besoffen. Hä? Mystery Boxen zugeschickt. Jetzt können wir sie aufmachen. Hi Alex. Kurze Frage. Ich seh grad ein Video von nem anderen YouTuber, der so Mystery Boxes von Amazon und Saturn hat. Kannst mit Mediamarkt-Gutscheinen bei Saturn einkaufen und umgekehrt? Oh mein Gott, Digga. What the fuck? Und da hab ich überlegt, ob das nicht möglich wäre, sowas für den Stream auch zu bekommen. Und gucken, ob wir daraus Geld machen können. Nein, Spaß. Schön wär's. Ah, nein. Ich bin der Sohn einer... Ah, ich bin so schlecht. Hallo. Was haltet ihr von nem Minecraft-Texture-Pack, wo jeder Villager aussieht wie Ello-Tricks? Ganz kurze Frage jetzt in den Chat. Ganz kur... Einfach... Jetzt einfach mal... Einfach mal so... Einfach mal so gefragt. Einfach mal so reingefragt. Carsten übrigens... Carsten übrigens mir... Ähm... Soll ich euch ganz kurz... Also, ähm... Dass du ungefähr zehnmal im Video gesagt hast, dass du Single bist. Damit dir irgendwelche heißen Chicks schreiben, hab ich übrigens anders gefühlt, Digga. Jaaaaaaah! Jaaaaaaah! Ähm... Carsten und mein Chat ist extrem interessant. Ähm... Die letzte Nachricht ist... Oh, ne... Digga... Ach, ist ja auch egal. Er braucht mehr Details. Carsten möchte Details aus meinem Liebesleben haben. Äh, vielleicht... Da seh ich mich in nem Stream mal drüber reden. Da seh ich mich mal in nem Stream drüber reden. Mit Carsten einfach einen Sex-Real-Talk. Einen Sex-Real-Talk. Versteht ihr, was ich meine, Chat? Versteht ihr? Versteht ihr nicht? Ihr habt keinen Sex? Ihr seid 14? Alles klar. Carsten ist so süß, Alter. Ich will, dass der sich auf mein Gesicht setzt. Digga, es gibt nur einen Guy, der sagt, jede Rolle ist es Litauen. Digga, ich wechsle meine Facecam. Digga, es ist nicht Litauen. Okay, ich probier, ob es Litauen ist. Wo ist Litauen? Ich hab legit keinen Plan. Wo ist Litauen, Digga? Oben. Vier steht für den Lifestyle-Kapper. Die Crew-Kapper. Äh, K-K-K-K-K. Die Screw-Kapper. Die Crew-Kapper. Die Crew-Kapper. Dankeschön für den vierten Monat, Digga. Sorry. Ich habe heute Morgen meine Schlaganfall-Pillen nicht genommen. Bist du wieder in Deutschland oder ist es eine Wiederholung? Das ist eine Wiederholung. Ich komm gleich nochmal und fick deine... Egal. Wir ficken ob es. Ob es. Ob es. Oh. So, ganz entspannt im Stream eingeschissen. Oh, Digga. Ey, ich sag's noch, wie es ist. Ich hab mit Anni gekocht. Und ich hab in der Küche von Anni gefurzt. Und zwei Leute in der Küche haben mich unabhängig angeguckt und haben gesagt, geh mal lieber auf Toilette und guck, ob du dich nicht eingeschissen hast. Ich sag's noch, weil das hat sich so nass angehört. Mich haben andere Leute darauf hingewiesen, dass ich mir vielleicht in die Hose geschissen hätte. Und dann bin ich auf den Klo gegangen, hab geguckt. Alles trocken. So wie immer, nur ein bisschen Blut. Vollkommen normal, oder? Das sei ein eigener Privatjet oder gemutet. Äh, gemietet. Trake Fahrer 3, Max, meldet sich zum Dienst. Ich hab Gleichkeit. Ich hab auch nur noch 100 Liter Tank jetzt. Ich hab noch 187 Tank. What the fuck? Ich lebe noch. Ich bin irgendwie stuck jetzt. Digga, hier stand, Achtung, hier fallen Steine von der Klippe. Aber hier sind mehr Steine als oben auf dem Berg. Berg? Hier ist ein kompletter Berg auf die Straße gefallen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ja, bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ey, Jungs, ihr müsst mich hier rausholen. So dumm, Max? Ey, Ripper, sich lieber bitte. Zieh mir mal weg, dann raus. Das ist zu weit. Wer einmal tot ist was, der ist raus. Wer stirbt, ist tot. Das stimmt. Okay, you knew it, Sean. Ich war eben kacken, mir ist einfach eine Ader geplatzt. Alles Gute, Bro. Digga, ich fahr aus dem Bild raus. Guck mal, jetzt Lala, nice, nice. Ich hab das Gefühl, das ist genau das, was Leute sagen, müssen die das Game spielen. Wait, what the fuck? Okay, also sauer kann ja nicht sein, oder? Das ist so ein ganz normales Dings. Was, Bruder? Oh nein, Digga, da ist es wieder passiert. Eine Synapse ist durch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sind die in Dildegg. Oh. Zock mal. Direkt Pepo-Hämorrhiden. Warzone. Mag mich. Oder Fortnite. Eine Woche, Digga. Zack. Big Mac, man den Weg, Digga. Schmutz. Elotrix damals in Fortnite. Ja, snipe ihn. Los. Los. Hey, was tust du? Mit Elotrix-Hexor-Pack auf alles. Kann mir jemand ein Elotrix-Hexor-Pack erstellen? Ja, ja. Oh, yeah, yeah. Er gewinnt einfach das Spiel. Nee, nee, nee. Porno-Helge. Oh, jetzt kommt wieder das Ding. Transformieren, horizontal oder vertikal spiegeln für Spiegelverkehrt? Oh, vertikal. Falsch, Loser. Loser, du armer. Oh Gott. Falsch einfach. Wie fühlst du dich? Unangenehm. Sascha, zu Besuch bei MR. Digga, gut siehst du aus. Machst du ein bisschen wieder Sport? Krass, Sascha, krass. Rauch erstmal eine, Sascha. Rauch erstmal eine mit uns. Gut siehst du aus. Hier ist ein Spieleparadies. Ich habe alles zu trinken und alles zu essen. Ich gebe dir, was du willst. Ich bin unter der Wasser. Bis zum Glück.